Seid gegrüßt und willkommen zur 35. Episode meiner Rumblet Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich finde es irgendwie gefährlich, dass die rumlaufen, meinen Fallen. Okay, gut. So, ist Lubov denn jetzt am reinigen? Sehr schön. Da wird noch sehr viel zu tun haben hier oben. Wo ist der denn jetzt? Da noch. Oh, das ist auch wichtig da drin. Gar kein Licht, ne? Hm. Naja, wie keine Kleidung. Was hast du denn wieder mit deiner Kleidung? T-Shirt, das ist wieder gut. Helm aus Stahl. Geht doch alles noch. Chantal. Inventar. Es geht auch noch voll klar. Ihr stellt euch an. Was macht Matt? Stellt Schrotflinte her. Lubov geht bestimmt auch wieder schlafen. Ihr müsst noch überall ein paar Lämpchen bauen. Viel zu dunkel. Ich glaube, das hier brauchten wir ja gar nicht. Das hier als Kühlung. Aus. Hier die Kühlung. Läuft ja. Die Heizung läuft. Wir brauchen halt mehr Gärbottiche. Und vielleicht noch irgendwie so ein Pflanzen-Dingen, genau. Da, da, da. Was ist jetzt wieder los? Was denn? Gürteltier schon wieder. Was ist denn immer mit Gürteltier? Ah, durchnässt. Langweiliger Schlafsaal. What? Mein Freund. Ja, das ist halt. Und der ist halt sowieso generell etwas. Was ist denn hier wieder kaputt? Ist das Tepp... Ach so, hier fehlt. Ja. Er ist wahrscheinlich mega angepisst, weil er keinen Teppich bekommen hat. Kann ich roten Teppich bauen? Stoff. Kriegt er das roten Teppich überall hin? Ja, Gürteltier. Dann kriegt er jetzt hier wieder verschrieben, dass er... Oh, wir haben keinen Rauchblatt mehr. Na, supi. Ähm, Gebiss implantieren. Moment mal. Äh. Wie? Gebiss implantieren. Moment mal. Essen. Keine Ahnung. Aber den kein Rauchblatt mehr. Rollgras. Pappel. Oh je. Es kann doch nicht sein, dass hier wieder... ...was fehlt. Da, 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 da. So, wird es hier wieder... ...hergestellt. Bitte. Bierwürzeln. 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 Äh, du bist auch nur zum Tragen da gewesen. Cool. Ach, wen hast du jetzt rausgegraben? Ah, je, 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 je. Oh, du bist aber fleißig. Helliger Bim Bam. Ähm. Du musst mal bitte bauen. Du gehst vielleicht mal eben... ...hier runter. ...was beerdigen. So, trachtet überall durch. Kein Ding. Wo ist Lubav? Isst leckere, Marzia. Du isst hier wie die ganze Zeit nur, ne? Entfernen Dreck. Immer bitte. Ist das hier kein Dreck? Das kriegen wir gar nicht. Doch. Asche. Aber vielleicht doch hier. Das ist ja super dreckig hier. Wow. So, Matt, was tust du? Entfernt Dreck. Alles klar. Was tust du denn? Wie lang bist du noch hier down? Ach je. Oh, mach bitte keinen anderen Scheiß. Heuschrecke. Okay, Essen kann... ...sie aber noch. Zumindest etwas. Vielleicht auch mal schlafen gehen. Ein Glück. Schon wieder wach? Gut, ich aus. Ähm. Wie kann das jetzt hin? Rauchblatt? Nice. Nächste Behandlung. Wo hat man das Rauchblatt denn jetzt her? So plötzlich. Und warum baut hier keiner weiter? Wir haben kein Holz mehr. Sag doch was. Dann holen wir da mal alles ab. Entfernt Eiche. Wunderbar. Aber warum? Weil du musst oder weil du bauen möchtest? Du möchtest bauen. Hast Bock drauf. Sehr gut. Das ist da auch ein Jack. Hör mal auf, Dubuff. Hast du hier schon alles? Aber ich befürchte, wir müssen hier den Boden uns so neu machen. Oh je, Böden. Hm. Wer ist denn eigentlich für Stein verantwortlich? Sandstein. Hm. Chili Board. Ja, deswegen wahrscheinlich. Nee, wir machen das mal anders. Schneidern lässt du? Schmieden lässt du? Waldarbeit lässt du? Dann kann Matt wieder Stein herstellen. Dann gucken wir auch, dass wir Böden. Boden verlegen. Sandstein? Nee, hier Holz. Ich würde ja auch hier Holz lassen. Sagt hübsch aus irgendwie. Ist das hier kein Holzboden? Das hier ist doch... Holz, oder nicht? Hä? Der Boden besteht aus Holzboden. Genau. Das hier ist... Dreck. Mann, ich drück's immer weg. Zack. Wir machen jetzt überall, wo noch kein Holz ist. Holz hin. Ja, Speicher schneller. Das ist alles abgebranntes Holz, würde ich so behaupten. Gut, wer läuft rum? Gött hier. Hast du schon deine Dosis bekommen? Nö, du gehst jetzt aber dahin, oder? Nee. Ich glaub, wir zwingen... Ach nee, der ist voll gut drauf. Besucht ein Grab. Hm. Beschädigte Kleidung, ne? Ähm. Da, da, da. Wo war denn hier? Hier war das Neding. Da, wir haben doch von allem was. Keine Ahnung, wo euer Problem ist. Keiner ist da beim Holzhaken, oder? Kochen. Tierpflege. Das lassen wir mal, AJ. Bauen. Lassen wir auch mal. Lubofliszt Falle aus. Oh Gott. Why? 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 Und auch Null. Extreme Schmerzen. Auch Korn, Leute. Auch Blood Joint. Heieiei. Hier muss ich zu machen. Granit. Abreißen. Was ist hier los? Ihr fällt fleißig. Das Geschütze ist auch da. Sehr schön. Und auch hier wieder. Sandsäcke noch bauen. Schaut was noch eins zu bauen. Bauteile. Bauteile. Haben wir gar nicht mehr. Bauteile. Wo nimmt das keiner? Ich guck mal. Zu wenig Bauteile. Wir müssen halt hier weiter abbauen. Hier sieht man ja, was da drin ist. Moment mal. Ähm. So, nochmal neu. Hier müssen wir rein. Rest verfügbar. Rest verfügbar. Bla, bla, bla. Da, da, da. Eigentlich wieder dumm. Äh. Oh, oh. Ne, falsch. Da, da, da. So, oder? Ja. Ach, und dann da nochmal rein. Blubow kann wieder laufen. Yeah. Oh, hier haben wir auch abgebaut. Müssen wir natürlich auch wieder zumachen. Trotzdem fehlen uns noch Bauteile. Nö, will ich nicht. Chantal. Bring mal das hier weg. AJ. Tragen. Dann suche ich mal in der Zwischenzeit nach weiteren Bauteilen. Oh, da. Ich mach das so. Ne, sehe ich also nicht. Stahl. Hm. Wilder Mann betritt das Gebiet. Er wird Dmitri genannt. Du kannst ihn zähmen oder gefangen nehmen. Was wird er denn können? Fernkampf kann er wegen irgendwas gut. Aber warten wir ab. Sozial, Bio. Hm. Kann ich für den gefangen nehmen. So können wir den am schnellsten. Dass er nützlich wird. Ja. Wenn wieder alle wach sind. Was tust du? Geht spazieren. Starke Schmerzen. Rauchblatt. Da darf ich eigentlich auch Bier rein. Hergestellt. Drogen. Bier. Es wird noch ein bisschen dauern, ne? Ah, hier ist bald fertig. Gut. Lass uns die Zeit schneller voranschreiten. Du kannst mal wieder dein Dings hier nehmen. Dein Gewehr. Äh. Du nimmst aber das hier. Lorman. Ach, der hat gerade seine Operation wahrscheinlich wieder hinter sich. Wen würde ich denn gleich rausschicken? Eul Schrecke. Und Lorman. Lorman. Jetzt kriegt der gerade was zu essen. Nö. Wo ist denn der? Er isst jetzt aber. Ist so. Heul Schrecke. Lorman. Wo ist denn der da? Einzusperren. Gucken, was passiert. Ah, wir müssen erst anballern, glaube ich. Schießen einfach ohne Fragen zu stellen. Wo ist denn Heul Schrecke? Auch Heul Schrecke steht jetzt einfach rum. Hallo? Ist der nicht schon? Huch. Chill. Einzusperren. Oh, schieß weiter. Ich hoffe wir töten ihn nicht. Oh, wird einfach bewusstlos. Ach, ging doch. Perfekt. Ach, gürtelt hier wieder. Rauchblatt Lormen, wo bist du? Da bist du noch Ich hoffe, wir haben ihm nichts Bleibendes gemacht Schuss, ja Nur angeschossen, kein Ding Wir machen das anders hier mit Wir holen Wird ja das geschützt Ja, wir nehmen das hier Äh Immer montieren Dann eventuell einmal hier die Sandsäcke bauen Entfernt Dreck Natürlich Ich würde sagen, Duboff darf auch wieder ran und irgendwie Sachen mal bauen Bald Da 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 Gürteltier Gürteltier Okay, Dimitri müsste dann auch noch Bzw. Freilassung Sklavenpreis Hm Freilassen Achso Wow Ähm Freilassen Ne Ich will den halt Sozial Oh, der mag alle nicht Yasuki Sehr gemütlich Leckere Mahlzeit Hm Kommt es hier Joint Wie viel haben wir denn eigentlich noch? Zwei Irgendwer muss das aber noch neu herstellen Nee, nee Das machen wir nicht Nee, nee Du kriegst davon nichts Habe ich denn irgendwem gesagt, der sowas herstellen? Hier sollte doch noch Genau Ach, immer nur vier insgesamt Nein, nee Wir machen mal viel mehr Zwanzig Genau Rauchblattblätter 38 haben wir noch Das ist nicht viel Lormen Bitte weiterbauen Und dann würde ich hier auch mehr ausbauen wollen Wobei Das bleibt doch weg Ähm Dann vielleicht so Wo ist Lormen? Stachelfalle Du baust das Geschütz mal auf Aber ich will das Ding hier mal endlich aufmachen Es wird eh total in die Hose gehen Aber deswegen Lange vorbereiten Überleg grad, ob ich hier vielleicht noch so Steine hinlegen soll Ach, ist jetzt wieder los Äh Och, Leute Lagerzone Wie heißt das hier? Abfallzone Abfallzone Das ist es Dann soll nämlich hier Ja Nur die, ähm Das Geröll hin und so Brocken Keine Leichen Nur Brocken Genau Bevorzugt Äh Dacheinsturz Oh, nö Trommat, was? Weil es nicht mehr geschützt werden Folgendes Ding wurden Nein Ach, hier Och, Chantal Gut, dass du nicht verletzt worden bist Ja, wir haben auch ein bisschen übertrieben hier Ja, hör mal auf Du kannst lieber die Sachen wegtragen Ah, alles klar Wenn ich auch sagen will ich die Episode mal wieder für heute Wären sie sich gefallen, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen Und um zu sehen, wie es hier weiter geht, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben Bis zum nächsten Mal